In den Spuren einordnen, dann in den Tunnel fahren. In einer der beiden linken Spuren. Ich sehe hier aber nur eine Spur, die links in den Tunnel reingeht. In einem Kilometer, in einer der beiden rechten Spuren einordnen, dann rechts halten und in die Straße vor der Zuerstabbahn fahren. So, San Sebastian. Wir sind in San Sebastian. In 500 Metern, rechts halten, in Richtung Franzjahr. Die Häuser nach zu urteilen, es ist eine größere Stadt. Ich bin hier noch nie zuvor gewesen. Ich bin hier noch nie zuvor gewesen. Rechts halten, in Richtung Franzjahr. Was heißt jetzt rechts halten, Richtung Franzjahr? Ich nehme mal an, da vor, weil wenn ich das Bild hier betrachte, die rechts, die rechts von mir stehen, die biegen hier ab. Und ich nehme mal an, ich muss dem Weißen da hinterherfahren hier. Ich sehe hier auch nichts, was da mit Franzjahr. Ja, aber vom Bild her ist es richtig. Ja, da steht Franzjahr. Ja, Franzjahr, das ist Spanis für Frankreich. Da geht es auf die Autobahn nach Frankreich, hier auf dem Ding. So, und jetzt muss ich hier links an der Ampel links abbiegen. Alsa, diese Busse kenne ich aus Marokko, die Aufschrift Alsa. Aber, ob das die gleichen sind, die gleiche Firma ist, keine Ahnung. Nach Franzjahr geht es also jetzt geradeaus. Da fahren wir jetzt nicht hin. Jetzt fahren wir erstmal runter ans Meer. Das muss jetzt irgendwo da links und dann schauen wir mal, wie wir da hinkommen. Ich will jetzt den Atlantik sehen. In einem Kilometer erreichen Sie das Ziel, sahen Sie, was uns ja an. Das Ziel liegt rechts. So, jetzt muss ich halt schauen. Ja, die Allee mit den alten Bäumen, das sieht schon mal schön aus. Na, willst du jetzt hier rüber oder bringst du nur aus Spaß? Wenn du jetzt rüber ziehst, dann fahre ich vorbei. Ich bin mir nicht sicher, was er macht. Guck mal, das ist da auf der Brücke. Jetzt muss ich das mal rauslöschen und mal schauen. Es muss irgendwo, ja ich fahre jetzt einfach geradeaus vor, da muss das Meer kommen, hier laut Karte. Ich fahre jetzt einfach mal geradeaus vor, da sehen wir ja, ob es da dann irgendeinen Parkplatz gibt. Ich bin aus 이거 rüber, ich bin fasting. Wirklich? Da vorne, wo keine Häuser mehr zu sehen sind, da muss jetzt das Meer sein. Jetzt ist das natürlich Fußgängerzone dort. Ich habe da irgendein Schild gesehen vom Parkplatz. Wie kommt man auf den Parkplatz da hin? Ah, da muss ich jetzt erst hier so rumfahren. Und dann muss ich da irgendwie in die andere Richtung. Ja, danke fürs Gespräch, hier darf ich wieder nicht links. Ich bin mal hier um den Block gefahren. Gut, hier die Straße sieht auch schön aus. Eine Großstadt mit so einer Baumallee mittendrin, das hat was. Das sieht man auch nicht überall. Jetzt muss ich nur schauen, wenn ich jetzt hier links rumfahre. Und dann da vorne noch einmal links. Nein. Ich muss jetzt nur schauen. Der Taxifahrer, der bleibt jetzt hier stehen, mitten im Weg, so wie es Taxifahrer das üblicherweise machen. Und jetzt fahre ich hier links oder dort links? Nein, da sieht es mir zu eng aus. Fahre ich da links. Gut, er hätte jetzt geradeaus auch vorgekommen. So, jetzt bin ich auf der Seite. Die haben hier schon die Weihnachtsbeleuchtung noch hängen. Ne, das muss was anderes sein. Das ist keine Weihnachtsbeleuchtung. Das kann gar nicht sein, dass die noch hängt. Da hat jemand Sommer, da war jemand mit kurzer Hose unterwegs. Also ich bin ja auch schon einer, der nicht leicht friert, aber bei dem Wetter zieh selbst ich eine lange Hose an. Ich bin ja eigentlich da, nein. Ich bin ja eigentlich da, nein. Ich schau. Na, da komme ich schon mal nicht rein in die Parkgarage mit ins 85. Das brauche ich erst gar nicht versuchen. Ja, da vorne sehe ich auch noch was mit Parken. Wie man jetzt hier geradeaus vorfährt. Ja, da fährt einer weg. Vielleicht kann ich dorthin. Und da ist ja schon das Meer. Ich muss jetzt nur dort in dem Getümmel da vorne irgendwo einen Platz finden. Notfalls muss ich halt ein Allrad einschalten und ein paar andere Autos platt fahren. Irgendwie geht es dann schon. So, mein Gott, ich habe hier grün. Ich muss jetzt schauen. Na, da hat einer seinen Platz abgesperrt. Ja, ein Warnblinker Parkplatz. Ich komme kaum noch dran vorbei. Ja, da ist der Atlantik. Seen tut man schon. Da ist wieder reserviert für Hotel. Da geht es nicht weiter. Ja, wäre ja auch zu einfach gewesen, wenn wir da hätten einen Platz gefunden. Ja, jetzt ist egal die Zeit rum hier von der Kamera. So, ich schalte das mal kurz ab.